So meine lieben Freunde, ich bin euer Landfuck und herzlich willkommen zu Guts and Glory. Nun ein kleines Spielchen für den Menschen, der gerne alleine spielt. Und leider ist es so, ich habe keine Ahnung was das ist. Aber ich glaube es soll lustig sein. Man muss irgendwelche Missionen erfüllen und gucken, dass man nicht sterben sollen tut. Ihr wisst was ich meine. Deswegen gehe ich jetzt hier einfach mal auf Spielen. Ich habe das Spiel noch nicht gespielt. Es ist der erste Start. Ich habe bloß die Einstellungen hier ein bisschen umeinander verwirkt. Das sieht man hier. So. Trotzdem starte ich das jetzt einfach mal. Spielen. So was haben wir denn hier? Offizielle Strecken. Einen Tag im Park. Schönen Park. Einen schönen Sommertag im Park. Der Steuerer einfach nur laufen. Okay. Mal gucken. Ladebalken. Der ist gelb übrigens. Bereit? Go. So was kann ich denn tun? John und Jimmy. Fangen wir halt mal mit dem an. So was haben wir denn hier? Respawn. Werde dann V. Grundfahrt. Trigger. Linguistic. Pfeiltasten. D für Willis. Oh. Oh. Alter. Yo. Geiler Scheiß. Alter. Alter. Boah. Schleudert jetzt das Kind hinten umeinander. Alter Schwede. Moment. Falsche Richtung. Genau. So. Was haben wir hier. Kamera. QE. Und X. Alles klar. Ich weiß Bescheid. Ich kann jetzt. Ich. Ich hab. Ich. Ich. Ich kann das. Oberlei. Moment. Ja. So. Ja. Ich glaube. Ich. Ich glaube. Ich hab's. Hallo. Hallo. Äh. Oh. Scheiße. Okay. Machen wir gerne. Oder mal? Äh. V. Okay. Jetzt fahr ich mal. Einfach gerade. Ich denke. Das ist. Die bessere. Stopp. Oh. Entschuldigung. Entschuldigung. Äh. Ups. Ups. Alter Schwede. Was ist denn los? Was ist denn los? Okay. Ich. Nochmal. So. Also. Ich. Ich. Umfahre die jetzt einfach. 39 Sekunden bin ich ja schon drüber. Leck mich fett. Okay. Das Kind. Das Kind hinten ist auch am Abspacken. Äh. Äh. Hoppla. Ja. Da. Achso. Wir müssen jetzt einfach da hoch. Da ist das Ziel. Das war ja dann einfach. Oh. Oh. Alter Schwede. Alter Schwede. Ich. Gebe wieder. Geben niemals auf. Toller lauter Sound. Ich hab übrigens eigentlich. Äh. Den Sound nach unten gestellt. Aber. Es war schon recht. Laut. So. Jetzt machen wir mal. Was kann man denn machen? Nächste Strecke. So. Was haben wir denn hier? Go. John and Jimmy. Bereit. Checkpoints. Nur orange. Bis respawn. Bis auf Pad. V. Wie auch immer. Ich fahr jetzt einfach. So. Hoppla. Das Kind mal wieder. Alter. Nein. 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 Schreit auch schon wie ein Ferkel. So. Also. Okay. Hier hinten ist orange. Das wäre dann ein Respawn Point. Glaube ich. Das richtig gelesen habe. Okay. Wir müssen. Hier hoch kann ich ein Wheelie machen. Oder. Hat irgendwie. Einen geilen Stunt oder so. Das wäre schon recht nett. Wenn er das mal machen könnte. Hätte ich was denn zeigen. Das ist ein. Oh. Ich habe V gedrückt. Das war. Das war die falsche Taste. Scheiße. Kann ich. Ja. Leg dich schlafen. Ist schon recht. Meine Fresse da. Echt. Meine Herren da. So. Jetzt aber. Was ist denn das jetzt? Fuck. Alter. Ich werde angeschossen. Hilfe. Oh. Ich habe da was im Gesicht. Oder was. Wo ist das? Wo hängt denn das? Kann ich hier irgendwie. Oh. Ich habe eine Mauszeige im Bild. Da kann ich. Jetzt ist es weg. Verdammt. Okay. Wo muss ich hin? Da ist eine Bank. Oh. Da war ein Baum im Weg. Hoppala. So. Jetzt muss ich runter. Und ich muss jetzt. Vorsicht. Einfach mal hinlegen. Genau. Vorsicht. So. Amazing. John and Jimmy. So. Ich habe es nicht gelesen. Alles klar. Oh. Scheiße. Was ist denn da drin los? Ich habe da irgendwas in mir stecken. Au. Au. Okay. Ohne Witz. Recht lustiges Spiel. Bin ich überhaupt richtig? Okay. Ich denke ja. Ich denke ich bin scheiße. Darunter. Was ist das denn? Alter Schwede. Was war das? Sind das Minen? Alter Schwede. Okay. Dann müssen wir da nochmal runter. Wir müssen jetzt also nicht drauf. Ich habe nicht Obacht gegeben. Nochmal. Nochmal. Also ich muss hier definitiv einen Schwenker machen. Alles klar. Nicht die Minen treffen. Nicht die Minen treffen. So. So. Um den Brunnen herum. So. Und jetzt haben wir denke ich auch die Minen geschafft. Hier liegen keine mehr. Das ist ja schon mal nicht verkehrt. So. Was haben wir? Oh. Alter. Alter Schwede. Ey. Seid ihr wahnsinnig? Nichts. Oh mein Gott. In mir steckt irgendwas. Oh. Ich habe geschafft. Du bist geil. Sagt er. So ist es, Digga. Alles klar. Alles klar, Alter. Adrenalin-Junkie. John und Jimmy. Go. Y-Taste ist. Wow. Kann ich mich ducken? Nein. Oh. Slow-Mover C. Oh mein Gott. Die haben mein Kind geköpft. Leck mich fett. Alter Schwede. Wie war... Alter. Ich habe mein Kind verloren. Warum legst du dich jetzt... No. Oh. No. Alter. Hallo. Hallo. Vor allem die Leute. Die haben einfach alle zugeguckt. Ich mein... Kind verloren, aber ey. Was ist los mit euch? Alter Schwede jetzt. Steht... Was habt ihr jetzt? Nein. Boah. Alter. Wie? Ich muss doch da durch, oder? So. Genau. Was ist das? Was ist das hier? Caution. Oh. Meine Fresse, Alter. Der kann das Fahrradfahren nicht, ey. So. Jetzt. Was ist das? Okay. Jetzt habe ich Zeitluke wieder aktiviert. So. Was rollt jetzt hier mir entgegen? Alter. Was war das? Wow. 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 Oh. Einfach mitten rein. Mitten rein. Justen, wir wurden... ...den zersägt. Alles klar... Alles klar, Digga. Bau eine ordentliche Rampe für die Dinger hier. V. Respawn. Respawn. Und? Mein Arm ist weg. Meine Hand? Meine Hand ist... Alter Schwede. Ich komme halt nur noch mehr einwendig an. Hallo. Aua. Aua. Hier, ich blute. Ich blute. Okay, nächste Schrecke. Alter, verblüffend. Crash die Stunts. WSAD-Test. Antenne kontrollen. Okay. Was haben wir hier drüben? Rollen Sie in die Luft. Ja, mache ich gerne. Ich rolle jeden Tag in die Luft. Ich verstehe das immer noch nicht. LR-AD-Keys. Was ist das denn, Alter? Wie? Was denn? Hä? Verdammt. Aber. Wie... Was soll ich denn da machen jetzt? Okay, es heißt... Boost. Achso, ich habe hier unten links einen Balken. Den kann ich mit Boost. So, wie komme ich jetzt da rüber? Äh. Das war verkehrt. Das war verkehrt. Alles klar. Probieren wir es nochmal. Jo. Alter. Nice, Digga. Genauso funktioniert das. Äh. Da gibt es jetzt John und Jimmy und Earl. John und Jimmy. Den kenne ich mich jetzt aus. Earl spielen wir vielleicht das nächste Mal. Sorry. Darf ich mal durch? Okay, was muss ich hier tun? Das ist jetzt... Hier wieder was eigenes. Muss ich hin? In das Haus? Nein. Verdammt. Oh, verdammt. Was ist denn? Was ist denn? Ich hänge. Hallo. 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 Was ist denn los hier? Ich will aufstehen. Au. Aufwärmen. Dann hat das Kind da hinten einen Ball. Okay. Schaut doch ganz normal aus, das Kind. Hat doch überhaupt keinen Ball. Schöne Stadt. Die Musik dazu. Bam, Alter. Und nochmal ein Trick. Sautrick. Oh. Okay, wir fangen nochmal an. Aber Moment, ich muss... Ich... Ich ja... Ich... Ja. Ähm. Tut mir leid, das... Das gehört sich so. Äh. Äh. Johnny, schützt bitte wieder auf. Ich muss hier hoch. Okay. Nice. War... Was... Ja. Okay. Ja, ich mach den selben Fehler schon wieder. Versteht ihr? Okay. Wir müssen lenken. Genau. So. Ach so. Ah, jetzt versteht er. Alter. Geil. Der Ball. Oh, shit. Nicht drüber fahren. Wow. Gibt es hier irgendwie... Wow. Ja, hier sind zwei Katapurte. Wow. Wow. Und Boost. Und nochmal Boost. Wow. Wow. Wieder Minen. Jetzt wird es aber echt schwer. Ach, er nun wieder mit dem Ball... Oh. Mit dem Ball in die Fresse, ey. Ja. Wo... Wo hoffen die Bälle denn nur rum? Nicht da, wo sie sein sollten. Oh, shit, Alter. Okay, jetzt... Jetzt aber. Jetzt schaffe ich es. Jetzt schaffe ich es. Tada. Okay, Freunde. Für die ersten paar Runden sicherlich nicht schlecht. Wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Lasst ein Abo da. Teilt das Video, wie auch immer. Und, äh... Strecke an den N-D-Ren. Viele melden. Könnte ich gleich mal 10.000 melden. Mach ich aber nicht. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, Landvogt.